und es ist so ein Rübser so voll quer gesessen von Anfang bis Ende es habe ich mich schnell gemütet um rübsen zu können ich meine ich kenne am paar Abonnenten von mir den Stürz nicht wenn ich hier voll los rübsen den LPs aber manchen stürzt trotzdem und naja so mach ich es beiden Seiten recht weil die verlangen ja nicht regelrecht dass ich rübsen ich bin nicht müde kann auf alle Fälle noch klar denken Alter zum Glück müssen wir die ganze Brücke da nicht entlanglaufen das wäre mir ein viel zu weiter will ich bin nicht müde die das Vater und das heilige Wasserstädten schälen man ja ja oh Oh, Solemyo! Okay, 3, 2, 1! Let it go! Let it go! Let it go! Nee, Spaß! Oh, that's the power of奇跡! I don't feel like I can't feel my existence. I'll give you a wish to celebrate this sacrifice. Das war's für mich. Ich bin der Welt, Uuno. Ich bin ein Kind. Aber bitte bitte sehr, sehr gerne. Hm. Das ist ein ganz einfaches Mann. Was ist das, was ich? Was ist das, was ich? Ich habe mich im Körper gefühlt. Ich habe mich zurückgegebracht. Ich habe mich im Bereich gefühlt. Aber es ist nicht notwendig, dass die Unterstützung von Menschen zu unterstützen. Das stimmt. Es gibt nur eine Art und Weise, dass es nicht nur eine Gelegenheit gibt. Zum Beispiel? Zum Beispiel... Ich verstehe. Ich verstehe. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin auch für mich. Wie ist das? Ich fühle mich noch nicht so stark. Es ist nicht so weit. Es ist nicht so weit. Das ist die Stadt. Was ist das? Ich denke, ich hab nur einen Satz. Sie? Ich bin von der Hörstelung. Ich bin von der Redi-Rekord, die mit dem Schleier, den Schleier zu helfen. Das war's für mich. Woher geht's? Ruhige Pferde. Entschuldigung, bitte. Ich habe euch nicht beobachtet. Ich renne euch nur schon seit drei Personen hinterher. Ich bin der Himmel. 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 Der Himmel ist das erste Mal. Bitte schön. Ich bin der Himmel. In Gebieten, in denen der Herrscher des Landes freigeschaltet wurde, kannst du nun an Speicherpunkten auf dem Menü Herrscher des Landes zugreifen. Bei Krämpfen in diesem Gebiet wird das Segnungslevel abhängig von dem Rang, den du erhältst. Erhöht an einem Speicherpunkt wird dein Rang automatisch auf das Segnungslevel addiert. Steigt das Segnungslevel erhältst du auch Zugriff auf Gaben mit diversen Effekten. Herrscher des Landes, Reise zum Speicherpunkt. Gebe Geld aus, um zu Speicherpunkten zu gelangen, die du bereits besucht hast. Gaben einstellen. Aktiviere verschiedene Gaben ihrer Verfügbarkeit richtig. Richtet sich nach dem Segnungslevel Gaben. Biete Objekte als Gegenleistung für Ränge an. In einer Gegend, in der dieser Bonus aktiviert wurde, kannst du dich mit Hilfe von Galt zwischen Speicherpunkten bewegen, die du bereits erreicht hast. Lass Schatztruhen ein bisschen ruhen, nachdem du ihren Inhalt an dich genommen hast. Dann will ich lieber das hier haben. Gegenstände anbieten. Gegenstände anbieten. Wir müssen nach vorne raus. Da ist was zum Speichern. Da ist eine Silberkiste. Ah, Silberkisten. Da komme ich immer noch nicht auf. Ah, und so kann ich dann den Herrscher machen. Herrscher des Landes der Gegend. Uno. Segenstufe zwei. Okay. Wie viel Galt habe ich denn eigentlich? 4.958. Ja, ich vermute, dass es gleich wie in Tales of Perseria wird, dass ich dann 80.000 Galt mit habe. Also zumindest hatte ich in Tales of Perseria 80.000 Galt mit. Alisha muss uns bitte die ganze Zeit begleiten. Ich will Alisha immer dabei haben. Nur will ich nicht, dass Alisha etwas passiert. Wenn Alisha irgendwas passiert, werde ich ausrasten. Dann werde ich alles zerstören. Und ich vermute, Alisha. mir war es so klar dass wir nicht mitnehmen dürfen WTF ich darf nicht mitnehmen wir gehen bisschen schneller alter ich darf nicht auf die Karte gucken das heißt ich muss auf den Spakor warten jetzt auch noch geht doch mal ein bisschen schneller und sogar gehen schneller als du Spakor aber jetzt kann ich auf einmal eintreten sie waren kono herr der oma die Kanzler um den jungen König kümmern sich nicht viel um mich die Kanzler um den jungen König kümmern sich nicht viel um mich sie glauben mit meinem niederen Rang in der Thronfolge sollte ich mich aus der Politik raushalten vergib mir ich wollte dich nicht damit belasten der Charakter von Leuten in der Politik wird schnell verdorben wenn doch nur alle ein so heines Herz haben könnten wie Alicia wir sollten uns lieber entspannen solange wir noch können ich habe das dumme Gefühl dass es hässlich werden wird wenigstens gibt es hier ein paar nette Bücher ist dieses Buch am schweben ähm vergesst das vergesst dass ich etwas gesagt habe also die was also Ich habe so das Gefühl, dass mit Alicia irgendwas passiert. Kannst du nicht ein bisschen schneller gehen? Musst erst ich mir die Tür aufmachen. Da, oder? Bam! Der Thronshall ist sicher da hinten wach. Als ob ich es gerauchen hätte. die Schmied die Schmieden und die Pakti Ich traue hier niemanden. Ich traue mich nicht, aber ich habe mich nicht. Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Ich werde mich mit dir befinden. Ich traue mich. Das war's für den Moment. Das ist ein Bachelor von Matias. Der Herr von Highlander. Der Herr von Natael. Und der Herr von Hohithsthal. Das ist Valtrö. Ich bin froh. Ich würde mich aber auch erzählen. Ihr habt diesen Ort zum Verkaufenden? Sag mal, ich bin sehr gut und will je recht. Ich glaube, es gibt einen SchreckensIL. Vielleicht ist das auch nur ein Geschmack. Sehr gut. Wenn auch das mit sich dem Alisabeth und Herr von Alisabeth war, was ihr mit der Familie zu Junge? Ich habe einen Freund. Ich habe mich in der Welt gezwungen. Ich bin gut, aber ich werde es nicht so gut. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so gut verletzen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so gut verletzen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so gut verletzen kann. Ich glaube, es ist nicht so, was ich. Ich glaube, es ist mir nicht so, was ich. Aber ich glaube, es ist nicht so, was ich. Es ist nicht so, was ich. Wenn die Hosee die Leute von den anderen an den Tag verwendet haben, dann würde ich es ein Wunschweig. Oh, das ist das Wunschweig. Ich glaube, dass ich es, was ich mit dem anderen. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Hmph. Wenn man hier ist, ist das Problem. Das Problem ist, dass die Menschen, die dich zu unterstützen. Ja. Die Menschen, die immer für eine gewisse Unterstützung, haben sie immer für die Liebe. Ich glaube, dass die Menschen sehr schwer, Ich bin ein ganzes Wettbewerb, aber ich bin ein ganzes Wettbewerb. Mein Mann ist wirklich schrecklich, dass es sich für mich nicht so gut ist. Es ist sehr, was ich, aber das ist eine Wahrheit. Aber deswegen ist es dein Leben, dass ich so gut bin. Ich? Warum? Ich bin nur ein Wettbewerb. Ich bin nur ein Wettbewerb. Ich bin auch ein Wettbewerb. Nein. Nein, stimme nicht zu. Das ist nicht so wichtig. Was ist das? 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 Es ist so schlimm, aber... Es war nicht so, dass die Leute nicht verstehen. Es war eher gut. Wir werden die Verlusten und Verlusten verletzen. Wir werden alle von Alisha verletzen. Das war's für euch. Das war's für euch. Das wirst du jetzt! Was ist das so? Was ist das für ein Bord? Was ist das für die Feuerwehr? Das ist das für die Valtröhe. Was ist das für die Valtröhe? Du hast das für die Valtröhe? Was ist das für die Valtröhe? Es ist der Fall, die Valtröhe! Ich bin der Fall, die Valtröhe. Wir gehen, Arisha. Ich bin dein Leben. Was ist das nicht? Das war's für heute. Nice. Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das, was du? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Ich bitte! Ich bitte! Es ist ein Teil der Hylenten. Das ist die Geschichte. Es ist ein Wunder. Ich habe es nicht verstanden. Wir haben keine Verletzung gegen die Hylenten. Ich habe es nicht verstanden. Warum? Ich habe es einen Koffer. Ich habe es nicht gesehen. Es ist ein Verlust. Ich werde mich schäuern. Guck! Es ist ein Schuss! Ich bin ein Schuss. Es ist ein Schuss. Ich habe einen Schuss. Lass mal speichern. Alter, wenn irgendwas mit Alicia passiert, wäre ich, hätte das Spiel getroppt. Ganz ehrlich, ich mag Alicia voll. Wir dürfen die Ritter nicht angreifen, weil das halt Menschen sind, die auch sterben können. Und ich habe keine Lust, Unschuldige zu töten. Alicia ist einfach hinter uns wieder gespawnt. Alles gleich, ich will auch schnell laufen können. Wir haben leider nicht genug Zeit zu erkunden, weil wir abhauen müssen. Ich will echt keine Unschuldigen Leute töten, die auf Befehle handeln. Wie kennen sich... Warum kennen die sich so gut aus? Warum kennen die sich im Schloss so gut aus? Irgendein Grund muss das haben. Da ist ein Dürtelz. Ein schwarzer Dürtelz. Aber es ist Dürtelz. Sie wird die geilen Augen lieb. Kaufen. Okay. Bernsteinschwert. Kaufen. 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 Wir können das ja alles noch verschmelzen. Wir kaufen jetzt erstmal alles und dann gucken wir. Nein. Okay. Dann habe ich das Bernstadt-Schwert schon ausgerüstet. Okay. Okay. Natürlich machen wir alles was geht. Gucken wir Alicia. Will ich noch ein bisschen aufleveln. So dann unsere Schreinpriesterin können wir noch ein bisschen aufleveln. Unsere Siree. Ich habe fast kein Geld mehr. Alter dafür brauchen wir echt mega viel Geld. Nee, ich will nicht, dass der denn verliert. Machen wir ein. Dann machen wir noch ein. Ah nee, ich will das so machen. So. Und die zwei haben halt ihre Ringe. Gegenstände verkaufen. Haben wir... Haben wir nicht ein Feld für einfach nur... Wo steht denn da eigentlich, was das alles ist? Weißt du, nicht so geil kategoriert ist das? Verbrauchsobjekte, Snacks, Waffenzubehör, Rüstung, Ringe, Schuhe, Wertsachen. Da, warum kann ich Wertsachen nicht verkaufen in den Duettels? Das müssen wir den Behändlern machen. Okay, ich hoffe jetzt sind wir ein bisschen besser gerüstet im Kampf. Kümmel. Ja, Lavendel. Da müssen wir hin, also rennen wir zuerst da rüber. Da haben wir schon aufgemachte Kiste. Das sind Geister. Oh, da ist ein Stein. Seelenkette SK. Vorteile einer hohen SK. Verringerung des erlittenen Schadens. Vervielfachung des Effektpotentials. Steigerung der SK Wiederherstellungsrate. Überlege gut, wann du auf einem Schlachtfeld ruhig sein solltest. Zum Beispiel, wenn du einen Combo abgeschlossen hast, nun deine Gefährten den Angriff weiterführen. So, dann speichern wir nochmal. Alter, eigentlich wollte ich nur nach 120 Minuten wieder aufhören. Und hatte eigentlich jetzt bisher auch gar keine Probleme. Aber jetzt bin ich voll motiviert weiter zu zocken. Da ist ein Stein und Kümmel. Ne, Eisenkraut. Das war's halt. Das war's halt. Das war's halt. Das war's halt.